so wird okay da kann man nicht rüber hier können wir also rüber scheiße das war jetzt schlecht geteilt ja es war schlecht geteilt hoffentlich ist er noch an na gut ja an ist er achten da ist die piste geflogen ja das teilen ist ein bisschen schwer ich muss echt schnell reagieren geschicklichkeit doch komm leck mich doch am arsch und schicker sowieso umbringen cool wow schaut das euch an nice wir zeigen gegenden vom spiel wo ihr gar nicht seht weil ihr da gar nicht hinkommt genau na ok da haben sie sich aber schon dabei was gedacht verdammt schon gedacht können wir uns irgendwie wieder töten oder so das war scheiße gewesen warum denn jetzt müssen wir hier extra wieder ach nö sogar gar nicht war sogar gut nice perfekt geil also springt da runter leute also macht so springt einfach runter ist der schnellste weg wahrscheinlich nicht großartig aber wer von euch natürlich nervenkitzel haben will der gibt sich die scheiße spannung braucht so so jetzt sind wir zur brücke dass wir den neuen kurs setzen können werden wir wieder schon kommen wieder die ungebetenen gäste wo die bloß immer alle herkommen frage ich mich ehrlich gesagt auch so immer schön nachladen krone angriff scheiße dies war im arsch heftig 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 das ist auch kaputt aber jetzt kannst du wiederholen ja aber jetzt deine drohne ist automatisch wieder da oder nicht ja doch er muss halt wieder neuen befehl geben ach so strömt gas aus dass sie wieder angreift easy hallo ist der easy going hier alle tot gut dann verschwinden wir aber schnell okay wo ist der ausgang wo ist der ausgang hörst du mal ins loch reinfliegen nein ich will raus ich will hier raus oh man ach so nur durch diese kisten kriegen wir die munition wieder schade aber dafür gibt es ja zum glück genug ja login einfach den finger drauf halten und zack was macht er hier jetzt auf zu brücke kommen so lichtblitze mhm ladungen hier elektrische dann ist einfach bloß scheinwerfer wieso sie oder nicht gefährlich gefährlich ach so und rein der ding raus aus dem maschinenraum oder müssen wir jetzt erst in den maschinenraum sind wir jetzt ich meine okay jetzt sind wir wieder zurück aber wir müssen ja jetzt hellgas scheiß drohen throne king drohe hey eins eins zu eins okay so er schauen wir auch mal ein bisschen um schöner habe er verbrannt ist setz mal rein gut dann geht die tür so ein verbraucher klar auf jeden fall der kult nicht so toll die gibt es ja gar nicht mehr was der folger scheiß ja toll kann ich gar nicht mehr einsammeln nicht so da wäre es so ein handy oder so kann so ein funkgerät dabei oder so ein aufnahmegerät jetzt hier dann abspielen können was zuletzt seine letzten worte ach so normal normalerweise aus dem controller rauskommt aber weil ich jetzt natürlich schon gespielt hatte du schuft kann man es jetzt nicht mehr nicht anhören da so schlimm ist nicht hauptsache man hat die action und die haupt story hier drin wir hoffen das stört euch nicht oh nein da kann man es einsetzen daneben hoch acht und hier rein ich weiß gar nicht was sie euch gebracht hat ich habe die einfach mal reingesetzt aber irgendwie ich weiß nicht wirklich was dann später das ist gebracht hat mal halt mal das alles läuft ich habe es einfach alle reingesetzt brauchen wir nur nur ein dann sind sie schon mehr drin oder noch mal einer weiß ich jetzt nicht hier ist ein oder müssen wir auch erstmal ein kriegen haben wir die jetzt wieder raus sind dann schließt sich die tür warte müssen wir gucken vielleicht muss auf der anderen seite müsste eine liegen genau da waren wir ja glaube ich noch nicht oder vielleicht dann muss das auch eine einsetzen aber hier ist einer drinne oh mein gott und zurück run ok die drohne bleibt hier hält stellung ja schon mal ein bisschen munition wichtig wie können wir euch auch noch mal hier das schöne raumschiff zeigen bevor es zerstören genau eiskalt in die sonne lenken so tut sich jetzt öffnet sich hier eine tür okay okay oh nein scheiße soll ich spinnen spinnen nein ich mag keine spinnen egal ob es roboter spinnen sind oder echte ich hasse ich das wissen unsere erfrischungen bekommen hat schon wieder eine spinne angezeigt also mal schnell bei der brücke ich glaube mussten sogar weil sonst wären wir gar nicht gekommen zur brücke weil die tür hat sich nicht geöffnet und da drüben ist doch glaube ich da sei wo gekommen sind ja das war schon richtig so schwer war gar nicht der brücke gekommen geil scotty bmi ab wir sind jetzt der kapitän dieses schiffes und wir geben den befehl mr drohne lenken schnauze aufmachen ok oh mein gott wir haben besuch schnell hin aber ich habe was da und eine unbekannte Person im Labor gesehen Ende nichts mehr anders so wird zurück ähm gut ok wir werden alle sterben die werden sterben wir kommen nicht zurück wir opfern uns ja keine Ahnung gehen wir mal runter oder so hm ähm ja ok mein wissen verlässt mich super jippie hä irgendwo muss doch ein Loch sein wo wir reingekommen sind oder wir gehen den weg oder wir gehen so lang und kriegen auch schon gleich besuch auch eine möglichkeit und schießen doch schon mal unsere eigene drohne ab hui hui und die leuchtet uns auch noch den weg das ist gut ah 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 k okay k k bang wer war diese unbekannte Person wenn man diese zwei personen er die eine tuster das war ja die wissenschaftlerin diese massa und die andere glaubt diese gerettet hat die code nehmen diese echo die wo wir dann an der brücke getroffen haben und gegen die ausgetauscht sollten werden wo sie sich überlegt hat ob sie uns töten soll oder nicht hat sie aber nicht getan weil sie sich in uns verliebt hat so einem mit so einem blick hat sie uns angekommen ja genau dann wollen wir die doch mal finden schnurstracks weg von diesem schiff es ist noch geil wäre wenn so ein timer jetzt noch kommen würde sobald es in seiner gewissen zeit schaffen muss so hoch oder wieder runter nach unten flächen da die notkapsel müssten sein was gehen wir mal erst mal runter werden ja gleich sehen genau eine schleuse in der jahre ok kommt labor was wollen wir im labor wir haben nicht viel zeit ach so das sind ja im labor wir müssen die aufhalten die erstmal abfangen hier weil ich sehr echo will ja diese massa will die entführen und das müssen wir verhindern man weiß es nicht da hat man sie gesehen in der aufnahme ich glaube es sind da sind sie schon wieder ok untersuchen das ist also sie experimentieren mit uns widerlich ich wollte das hier zerstören sie lügen doch sie wollten es vertuschen war helgans zerstörung nicht genug ich lasse keine unschuldigen mehr sterben wo ist massa massa wird für ihre taten bösen genau wie ihre anführer so 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 so